Also ich heiße Alex, ich bin 25 Jahre alt, ich lebe in Karlsruhe, ich bin bisexuell und meine Pronomen sind er, ihm. Und ich bin Student für Medien- und Kommunikationsinformatik. Also gemerkt schon relativ früh, dass irgendwas anders ist. Also ich kann mich auch erinnern, dass meine Mutter mal gemeint hat, als ich so 5 war, wenn ich mal einen Mann mit heimbringe, ist auch okay. Aber dann mir wirklich auch eingestanden, das war so mit 16, weil ich mich damals zum ersten Mal in den Kerl verknallt habe. Meinen besten Freund damals, was ein bisschen doof war, weil die Freundschaft auch dann kaputt ging so zeitweise. Aber ja, also dann halt gemerkt, okay, da ist was anderes. Und dann drüber nachgedacht, gemerkt, okay, ich stehe auf meiner Unterfrauen. Mittlerweile vielleicht auch pansexuell. Hm, ist gerade so im Kopf drin, weiß ich nicht ganz. Jo. Bist du damit gut zurechtgekommen? Also am Anfang, so im ersten Moment, war es ein bisschen schwierig, mir das einzugestehen. Einfach nur, weil ich es halt auch über Jahre schon so halber verdrängt hatte. Ich hatte halt so sexuelle Neugier, aber halt nicht emotional. Und dann so, es hat ein bisschen Überwindung gekostet, auch einzugestehen, okay, das ist mehr als nur Freundschaft, was ich da empfinde. Aber ansonsten hatte ich da eigentlich nie Probleme mit. Hi, ich bin Walter Saar vom Queer Lexikon. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder abonniert uns. Und wenn euch unsere Arbeit besonders gut gefällt, dann könnt ihr uns auch Geld auf Patreon spenden. Zum Beispiel, damit wir unser Equipment finanzieren können und unser Webspace und andere Dinge. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr euch das Video gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr euch das Video gefallen.